Frohes neues Jahr ihr Lieben und herzlich Willkommen im Jahr 2024! Wir kommen frisch aus einem Kinojahr, das durchaus seine Höhen, aber vor allem Tiefen hatte. Durch die Streiks in Hollywood wurden unzählige Produktionen nach hinten geschoben und wir haben deutlich weniger richtig gute Filme bekommen. Das ändert sich aber hoffentlich mit diesem Jahr, denn alles, was aufgeschoben wurde, erwartet uns dafür 2024. Und da kommt eine richtig große Flut an Filmen auf uns zu. Ich sag's euch, ich habe 50 davon für euch mit dabei, die dieses Jahr erscheinen sollen und auf die ihr euch freuen könnt. Aber natürlich können sich Starttermine auch immer noch mal verschieben und vielleicht erscheint der ein oder andere Film auf dieser Liste doch erst 2025. Lasst uns aber nicht vom schlimmsten Fall ausgehen und stürzen wir uns lieber mal darauf, was für Filme wir unbedingt auf die Watchlist packen sollten. Also holt das Notizheft raus, schreibt euch eure Favoriten auf und viel Spaß hier bei diesem neuen Special bei Cinema Strikes 2024. Kaum ein Film wird so häufig genannt, wenn man über den besten Action-Film aller Zeiten spricht, wie Mad Max Fury Road. Knapp 10 Jahre ist es her, dass George Miller diese Bildgewalt auf die Leinwand gepackt hat. Dieses Jahr kommt mit Furiosa endlich das heiß ersehnte Prequel aus dem Mad Max Universum mit Anya Taylor-Joy als die namensgebende Protagonistin heraus. Der Trailer verspricht bisher allerdings eher ein CGI-Gewitter als viele Practical Effects. Trotzdem sieht es gut aus und es lohnt sich, gespannt zu bleiben. Einen kleinen Vorgeschmack darauf, wie es eigentlich zu den Ereignissen aus A Quiet Place gekommen ist, haben wir schon in Teil 2 bekommen. Doch A Quiet Place Day One beschäftigt sich ausschließlich damit, wie die geräuschsensiblen Aliens die Erde überrannt haben und wie die Menschen damit umgegangen sind. Allerdings wird das Ganze diesmal nicht von John Krasinski inszeniert. Der ist nämlich mit einem ganz anderen Projekt beschäftigt gewesen. Sein neuer Film If steht für imaginäre Freunde und das ist wirklich das komplette Gegenteil von Horror. Darin schickt er Ryan Reynolds zusammen mit einem kleinen Mädchen auf die Reise, längst vergessene imaginäre Freunde aus Kindheitstagen mit ihren Menschen zusammenzubringen. Dem Trailer nachzuurteilen solltet ihr Taschentücher auf jeden Fall dabei haben. Wer dachte, dass 2024 wieder unzählige Projekte aus dem Marvel Cinematic Universe auf uns zukommen, wird sich jetzt wundern. Deadpool 3 wird nämlich der einzige Film sein, der sich dieses Jahr ums MCU dreht. Aber dafür dürfen wir uns auf die Rückkehr von Hugh Jackman als Wolverine freuen. Die Kombi aus Deadpool und Wolverine wird auf jeden Fall eines der absoluten Jahreshighlights und wir können uns sicher sein, dass das hier ein absolutes Metafest wird. Bei Dreamworks wird aktuell anscheinend in der Mottenkiste gewühlt und die alten Marken nochmal hervorgeholt. Mit der gestiefelten Karte Der letzte Wunsch hat die Figur aus dem Shrek-Kosmos einen kompletten Neuanstrich samt neuem Animationsstil spendiert bekommen. Kung Fu Panda 4 hat dieses Upgrade anscheinend nicht erhalten. Der Film sieht einfach aus wie eine stinknormale Fortsetzung der Abenteuer von Poe, aber trotzdem hab ich Bock drauf und diesmal muss er sich einer Gestalten-Wandlerin im Kampf stellen. Challengers ist ein Tennis-Drama. Ja gut, spannend ist anders, aber Challengers ist ein Tennis-Drama, in dem es um eine komplexe und brisante Dreiecksbeziehung mit vielen Intrigen geht. Zendaya hat in diesem Film von Luca Guadagnino die Kontrolle über Josh O'Connor und Mike Faist. Das sieht nicht nur nach viel Erotik, sondern auch nach einer Menge Spannung aus. 2024 wird anscheinend das Jahr von Luca Guadagnino. Denn mit Queer hat er sogar noch einen Film in der Pipeline. Darin spielt Daniel Craig, ein Mann, der in den 1940ern nach einer Drogenrazia aus New Orleans fliehen muss. Es zieht ihn nach Mexico City und dort fängt er eine sehr komplizierte Beziehung mit einem drogensüchtigen Ex-Soldaten an. Bong Joon-ho hat mit Parasite einen Film für die Ewigkeit geschaffen. Es war ein wichtiger Erfolg für das koreanische Kino, das dadurch auch in der breiten Masse endlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Nun widmet sich Bong Joon-ho allerdings wieder einer US-amerikanischen Produktion mit Mickey Seventeen. Sein Hauptdarsteller wird niemand geringeres als Robert Pattinson, der in eine dystopische Sci-Fi-Welt geschmissen wird. Er spielt eine Figur, die, sobald sie stirbt, als Klon neu erschaffen wird. Ridley Scott und sein Werk Napoleon haben sich im vergangenen Jahr nicht gerade mit Rom bekleckert. Gut, dass er sich nun einem anderen Historien-Epos widmet, mit dem er deutlich bessere Erfahrungen gemacht hat. Mit Gladiator 2 erzähle die Geschichte von Lucius, dem Sohn von Lucilla. Das allein holt einen vielleicht noch nicht ab, aber spätestens die Besetzung. Denn in dem Film kommen Paul Maskell, Joseph Quinn, Denzel Washington und Pedro Pascal zusammen. Wenn das nicht der heißeste Cast des Jahres ist, weiß ich es auch nicht. Während das MCU dieses Jahr auf Sparflamme läuft, gibt Sony Vollgas, wenn es um ihre Marvel-Filme geht. Mit Madame Web und Kraven the Hunter dürfen wir uns gleich zwei Filme dieses Jahr anschauen. Oder sollte ich besser sagen, antun. Die Sony-Marvel-Filme waren bisher nämlich allesamt eher dürftig bis komplette Vollkatastrophen. Ich sage da nur Morbius. Und auch Madame Web und Kraven the Hunter schlagen in eine ähnliche Kerbe, wenn man sich mal die Trailer anschaut. Auch wenn Madame Web mit Sidney Sweeney und Dakota Johnson punktet und sich Aaron Taylor Johnson als Kraven die Ehre gibt, sollte man vermutlich nicht zu viel erwarten. Auch bei Venom 3 hält sich die Vorfreude nach dem eher enttäuschenden zweiten Teil in Grenzen. Kristen Stewart hat sich soweit es nur geht von ihrem Twilight-Image entfernt. In Love, Lies, Bleeding übernimmt sie die Hauptrolle in einem romantischen Thriller, der von A24 produziert wird. Darin geht es um zwei Frauen, die die Höhen und Tiefen der Bodybuilding-Welt durchleben. Ich will ehrlich sein, ich bin kein Fan von Godzilla vs. Kong. Da wurde einem das größte Duell aller Zeiten versprochen, aber man hat nur eine kleine Prügelei und viele dämliche Dialoge bekommen. Da können wir nur hoffen, dass sie aus diesem Film gelernt haben und uns diesmal in Godzilla vs. The New Empire wirklich gute Kämpfe der Giganten zeigen, anstatt uns wieder so eine Verschwörungstheorie aufzuschwatzen. Anna de Armas war für mich das absolute Highlight in Keine Zeit zu sterben. Da konnte sie allerdings nur für wenige Minuten beweisen, dass sie action-technisch einiges drauf hat. Von daher freue ich mich, dass sie in dem John-Wick-Spinoff Ballerina einen ganzen Film lang ihre Beweglichkeit und Schlagkraft präsentieren kann. Bisher ist noch wenig bekannt zu dem Film und wie er in die Timeline von John Wick eingefädelt wird. Alex Garland kann Dystopie und realistischen Sci-Fi so gut wie kaum eine andere Person zusammenbringen. Das hat er schon mit Ex Machina, Annihilation und der Serie Deaths beweisen können. Sein kommender Film, Civil War, wird zwar weniger Sci-Fi sein, aber dafür umso dystopischer und realistischer. Die USA befindet sich nämlich mitten in einem Bürgerkrieg, der zu eskalieren droht. Das wird mit Sicherheit ein interessanter und sehr spannender Kommentar zur politischen Situation in den Staaten. Der Film Elvis von Baz Luhrmann war für mich eine der ätzendsten Kinoerfahrungen aller Zeiten. Nicht nur gibt Tom Hanks darin die wohl fragwürdigste und lächerlichste Darbietung seiner Karriere ab, sondern das Ganze ist einfach ein reiner Fiebertraum. Wie gut, dass es Sofia Coppola gibt. Die Regisseurin wählt nämlich eine ganz andere Herangehensweise an den Elvis-Mythos und erzählt die Geschichte aus der Perspektive seiner Frau Priscilla Presley. Dabei setzt sich der Film kritischer mit dem King of Rock'n'Roll auseinander und beleuchtet beispielsweise, dass Priscilla erst für zehn Jahre alt gewesen ist, als Elvis sie kennengelernt hat. Das Sequel zu dem Katastrophenfilm Twister aus den 90ern trägt den wundervoll kreativen Titel, Twisters. Ob der Film von der Qualität her dann auch so gut wird wie Aliens, der ja auch nur hinten ein S dran gehangen hat, das werden wir dieses Jahr erfahren. Zuständig für das Ganze ist allerdings Lee Isaac Chung. Und das ist kein Niemand. Er hat mit Minari ein herzzerreißendes und wunderschönes Drama über eine koreanische Einwandererfamilie in den USA gemacht und nun eben Twisters. Ein ziemlich krasses Kontrastprogramm, wenn ihr mich fragt. Während Rings of Power die Herr-der-Ringe-Fans zum Großteil enttäuschend zurückgelassen hat, steckt nun alle Hoffnung in The War of the Rohirrim. Das wird ein Animationsfilm, der sich um Helm Hammerhand dreht. Er war König von Rohan und musste sich in einer legendären Schlacht gegen die Dune-Länder behaupten. Ryan Gosling kann sein Comedy. Das hat er schon oft bewiesen, aber spätestens seit Barbie wissen es alle. Gut, dass er sich jetzt mit David Leitch zusammengetan hat, der ein Händchen für gute Action-Comedy hat, was ja auch Deadpool 2, Bullet Train und Hobbs & Shaw zeigen. In The Fall Guy schlüpft Ryan Gosling nun in die Rolle eines Stuntman, der einen verschwundenen Schauspielstar auffinden muss und dabei eine Hollywood-Verschwörung aufdeckt. Der Kinostart von Megalopolis ist zwar für 2024 angepeilt, aber ich bin immer noch sehr skeptisch, ob das dann auch wirklich der Fall sein wird. Regie-Legende Francis Ford Coppola arbeitet an diesem Herzensprojekt bereits seit den 80ern und er hat mehrere Versuche gestartet, dieses Werk umzusetzen. Doch erst letztes Jahr wurde der Film endlich abgedreht mit Adam Driver in der Hauptrolle. Er spielt einen Architekten, der aus New York City eine Utopie machen will. Mal schauen, ob sich die jahrelange Arbeit an diesem Projekt auch ausgezahlt hat. The Book of Clarence verspricht, das Leben des Brian des 21. Jahrhunderts zu werden. In dem Film spielt Lakeith Stanfield Clarence. Der will beweisen, dass er es genauso drauf hat wie Jesus. Und so beginnt er auch, Menschen zu heilen und sich selbst als Messias darzustellen. Das sieht echt verdammt witzig aus und interessant und man kann gespannt sein, ob es zu einem ähnlichen Diskurs wie bei das Leben des Brian kommt und ob die Kirche versuchen wird, diesen Film zu verbieten. Wes Ball ist der Mann, der den Live-Action The Legend of Zelda Film machen wird. Doch bevor er das tun wird, kommt erst noch Kingdom of the Planet of the Apes heraus. Der Film spielt mehrere Jahre nach der bisherigen Planet der Affen Trilogie und zeigt, was aus Caesars Reich so geworden ist. Ich bin gespannt, ob das ohne Matt Reeves und Andy Serkis überhaupt so gut funktionieren kann. Ein Coen-Bruder ist immer noch besser als KEIN Coen-Bruder. Während sich Joel Coen eher anspruchsvollem Stoff gewidmet hat und The Tragedy of Macbeth inszeniert hat, bleibt Ethan eher bei dem abgefahrenen Zeug. Drive Away Dolls ist der erste Teil einer lesbischen B-Movie-Trilogie, wie der Regisseur sagt und ganz ehrlich, wenn das nicht fantastisch klingt, weiß ich auch nicht. Es ist schon seltsam, wenn gefeierte Filmschaffende aus dem Indie-Bereich plötzlich so ganz große Filme machen, die eigentlich gar nicht zu ihren bisherigen Werken passen. Barry Jenkins hat mit Moonlight und If Beale Street Could Talk zwei ruhige und einzigartige Filme abgeliefert und macht jetzt Mufasa. Ein Prequel zu Der König der Löwen. Was zur Hölle? Ich für meinen Teil habe immer noch nicht verarbeitet, wie diese realistischen Tiere aus dem Live-Action-Remake damals gesungen haben. Es sah verdammt cursed aus, wenn ihr mich fragt. Ich hoffe einfach, dass sie es nicht wieder tun werden. Wenn man mit Sequels nicht mehr weiterkommt, dann müssen halt Prequels her. Das haben sich zumindest Michael Bay und alle anderen Beteiligten der Transformers-Reihe gedacht. Nachdem die letzten Fortsetzungen eher mäßig erfolgreich waren, will man nun die Vorgeschichte von Optimus Prime und Megatron erzählen. Das Besondere aber ist, dass es ein Animationsfilm werden soll und keine Menschen darin vorkommen. Genau das lässt mich wieder hellhörig werden. Joseph Kuczynski liebt Schnelligkeit. Das hat sein Film Top Gun Maverick ja schon gezeigt. Nun schaltet er aber einen Gang zurück und widmet sich nur der Formel 1. Mit Brad Pitt in der Hauptrolle erzählt er von einem ehemaligen Rennfahrer, der aus dem Ruhestand zurückkehrt, um für einen jungen Fahrer als Mentor da zu sein. Wirklich, nach was Neuem klingt das vielleicht nicht, aber dafür wird die Inszenierung der Rennen mit Sicherheit eine Wucht. Für Filme wie Poor Things gibt es das Kino. Yorgos Lanthimos hat mit The Lobster, Dogtooth oder The Favourite eine wirklich einzigartige Filmografie bisher. Die erweitert er nun mit Poor Things. Der Film zeigt das Leben von Bella Baxter, die auf der Suche nach Selbstbestimmung durch eine Steampunk-Welt reist. Es hat etwas von Frankenstein meets Barbie meets Yorgos Lanthimos. Emma Stones Darbietung ist fantastisch und diese Welt unbeschreiblich kreativ. Renate Reinswe ist eine Schauspielerin, die man unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Die Norwegerin hat in dem Film der schlimmste Mensch der Welt wirklich brilliert und widmet sich nun einer Horrorgeschichte. In Handling wie Undead erwachen in Oslo plötzlich alle Toten und kehren zurück zu ihren Familien. Das sieht extrem unheimlich aus, aber es ist vielmehr ein Umgang mit Trauer, als dass es ein Jumpscare-Horrorfest wird. Argyle ist die Entschuldigung dafür, dass Henry Cavill niemals James Bond geworden ist. In dem Film von Dexter Fletcher spielt er einen Spion der Extraklasse, der allerdings nur fiktiv ist. Er ist der Protagonist einer Buchreihe, die von Ali Conway geschrieben wird. Eines Tages wird sie selbst jedoch in eine Spionagegeschichte verstrickt, die extreme Parallelen zu ihren Büchern hat. Das sieht extrem witzig und nach viel Meta aus. Das einzige, was einen hier ein bisschen stört, ist Henry Cavills kantige Frisur. Ganz ehrlich, was ist das für eine stilistische Entscheidung? Richard Linklater ist für so emotionale und schöne Filme wie die Before-Trilogie oder Boyhood bekannt. Doch er kann auch Comedy und mit Hitman verfilmt er die wahre Geschichte eines Professors, der halbtags für die Polizei als Fake-Auftragskiller arbeitet, um Verbrecher zu überführen. Ich durfte den Film schon sehen und Glenn Powell in der Hauptrolle ist wirklich so charmant und unfassbar witzig. Robert Eggers Ausflug ins epochale Kino mit The Northman war vermutlich eine einmalige Sache. Der Regisseur sagte, er wolle sich wieder kleineren Horrorgeschichten widmen, anstatt kriegerischen Themen. Sein Comeback in diesem Bereich zelebriert er deshalb auch mit Nosferatu, der wohl bekanntesten Vampirgeschichte. Jason Statham spielt einen killenden Imker in The Beekeeper. Muss ich da eigentlich noch mehr sagen? Dieses Konzept ist doch ein reiner Selbstläufer. Verantwortlich dafür ist Regisseur David Ayer und der scheint sich von seinem Suicide Squad Debakel damals immer noch nicht erholt zu haben. Doch ich hoffe sehr, dass The Beekeeper ihn zurückbringen kann. Lisa Frankenstein ist aus so vielen Gründen einen Blick wert. Zum einen ist die Geschichte absurd komisch, denn dort verliebt sich eine Highschool-Schülerin in eine Leiche und erweckt diese dann zum Leben. Da könnt ihr euch auf eine sehr schräge und blutige Love-Story gefasst machen. Ein weiterer Grund ist, dass es das Langspielfilm-Debüt von Zelda Williams als Regisseurin ist. Und sie ist die Tochter von Schauspieler Robin Williams. Amy Adams hat echt kein Glück mit ihrem Agenten gehabt, denn in den letzten Jahren hat sie in mehr Mist mitgespielt, als dass sie in guten Produktionen zu sehen war. Und das ist sehr schade, denn sie hat es ja wirklich drauf, was sie schon häufig bewiesen hat. Der Film Night Bitch könnte endlich mal wieder so ein richtig guter Film mit ihr werden. Eine Mutter, die zu Hause bleiben muss, um auf ihr Kind aufzupassen, bemerkt mit der Zeit, dass sich ihr Körper verändert und sie animalische Instinkte entwickelt. Das alles ist ein Kommentar auf die Mutterschaft und klingt auch ein wenig nach Werwolf-Filmen. Die wunderbar schräge Welt der Borderlands-Spiele bietet viel Potenzial für einen schrillen Film. Den bekommen wir auch. Und das unter der Obhut von Eli Roth. Das war anfangs für mich ein starkes Argument gegen diesen Film, doch letztes Jahr hat er mich mit Thanksgiving davon überzeugen können, dass er es doch irgendwie drauf hat. Eins steht aber fest, Jack Black als Stimme des Roboters Claptrap ist eine unverschämt passende Casting-Entscheidung gewesen. Den Film FAMM habe ich bereits letztes Jahr gesehen und ich bin total begeistert davon. Es geht um Jules. Er ist Drag-Artist und wird Opfer eines homophoben Angriffs. Später trifft er zu seiner Verwunderung auf seinen Angreifer in einer schwulen Sauna. Dieser erkennt ihn ohne sein Kostüm jedoch überhaupt nicht und so plant er seine Rache, aber er entwickelt irgendwie Gefühle für ihn. Es ist ein wirklich spannender Thriller und echt harter Tobak, denn er hat keine Scheu, alle grausamen Facetten von Queer-Hass zu zeigen. Wenn ihr schon mal in den düsteren Ecken von YouTube unterwegs gewesen seid, dürften die Backrooms euch ein Begriff sein. Das ist eine Creepypasta über düstere Orte, an die man willkürlich gelangen kann. Das sind sogenannte Liminal Spaces, also Orte, die einem vertraut vorkommen, aber Menschen leer sind und auf fast unbeschreibliche Weise entfremdet wirken. Der YouTube-Channel KanePixels hat Found-Footage-Horror-Kurzfilme über diese Backrooms erstellt und einen so unheimlichen Look erschaffen. Darin zu sehen ist ein gelber Bürokomplex, in dem der Protagonist von einer Kreatur verfolgt wird. Das Studio A24 hat den Betreiber des Channels engagiert, um einen eigenständigen Film über die Backrooms zu machen. Das Ding ist, dass dieser noch zur Schule geht und den Film letztes Jahr in den Sommerferien gedreht hat. Wirklich abgefahren, nicht mal mit der Schule fertig und schon einen Film für A24 gemacht. Maxine beendet die Trilogie, die Ty West mit X für A24 ins Leben gerufen hat. Während Pearl noch erzählt hat, wie es überhaupt zu X kam, zeigt uns Maxine, was aus der namensgebenden Protagonistin so geworden ist. Dabei gewährt uns der Film einen Einblick in die Porno-Industrie im Los Angeles der 80er Jahre. Diesmal punktet der Film nicht nur mit Mia Goff. Es haben sich nämlich noch Elisabeth Debeki, Giancarlo Esposito, Lilly Collins und Kevin Bacon dazu gesellt. Sandra Hüller ist zu Recht unsere Frau in Hollywood. Erst letztes Jahr hat sie in Anatomie eines Falls bewiesen, was für eine großartige Schauspielerin sie ist und nun macht sie es auch in The Zone of Interest. Das ist ein Drama über Auschwitz mit extremen Kontrasten, denn während Menschen in dem Lager auf grausamste Weise hingerichtet werden, versucht Kommandant Rudolf Höss zusammen mit seiner Frau Hedwig direkt neben dem Lager ein Leben voller Luxus zu genießen. In Cannes ist der Film letztes Jahr gelaufen und wurde von der Presse in den allerhöchsten Tönen gelobt und es wurde gesagt, dass es ein wirklich schockierender Film sei. Für mich sind die Werke von David Lowery immer eine Wundertüte. Dieser Mann kann wirklich alles. Egal ob Kinderfilme wie Pete's Dragon, epochale Heldenreisen wie The Green Knight oder emotionale Liebesgeschichten wie A Ghost Story. Mother Mary heißt sein neuster Film und da weiß man auch noch nicht so ganz, was man erwarten soll. Es wird allerdings als episches Pop-Melodrama bezeichnet, in dem es um die Beziehung zwischen einer Musikerin und einer Modedesignerin geht. Die beiden werden gespielt von Michaela Cole und Anne Hathaway. Hunter Schäfer ist ebenfalls mit von der Partie. Das Sequel zu der neuen Ghostbusters Ära könnte die Abkühlung im Sommer werden. New York wird nämlich von einem geisterhaften Eissturm heimgesucht, der die gesamte Stadt lahmlegt und in Eis hüllt. Paul Rudd und Co. müssen herausfinden, was es damit auf sich hat und New York logischerweise wieder entfrosten. Überall die Heizung aufdrehen wird vermutlich nicht die Lösung des Problems sein. Chris Pratt verunstaltet all eure Helden der Kindheit. Zuerst übernimmt er die Sprechrolle von Super Mario und nun auch von Garfield. Das Problem dabei ist immer, dass Chris Pratt seine Stimme kaum verändert und einfach immer klingt wie Chris Pratt. Klammert man das mal aus, macht der Garfield-Animationsfilm aber einen soliden Eindruck. Der Film wird übrigens von Sony Pictures produziert und die haben mit den beiden Spider-Man-Animationsfilmen und Mitchells vs. The Machines bewiesen, dass sie es im Animationsbereich drauf haben. Hoffentlich reiht Garfield sich da auch ein. Joker war wohl einer der Überraschungshits der letzten Jahre. Eine richtig düstere Erzählung über den Clown Prince of Crime wurde uns geboten. Die Fortsetzung dazu erwartet uns dieses Jahr, doch die tanzt stilistisch etwas aus der Reihe, denn der Film wird ein Musical. Als Musical-Fan freut mich das natürlich mega, aber ich bin trotzdem der Meinung, das ist ein gewagter Schritt. Und trotzdem ergibt es irgendwie Sinn. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Lady Gaga als Harley Quinn zu erleben und zu sehen, ob Joaquin Phoenix nicht nur ein Schauspiel, sondern auch ein Gesangsgott ist. Wir haben lange genug gelitten, denn eigentlich sollte Dune Part 2 schon längst angelaufen sein. Doch aufgrund der Streiks in Hollywood wurde der Film auf dieses Jahr verschoben und endlich werden wir sehen, wie es mit Paul Atreides weitergeht. Die Trailer versprechen, dass das noch so viel größer wird als der erste Teil. Denis Villeneuve hat in einem Interview gesagt, dass er mit Dune Part 1 alles an Einführung erzählt hat und es ab jetzt nur noch Action gibt. Wenn das mal nicht vielversprechend klingt. Ach ja, M. Night Shyamalan. Seine letzten Filme waren wirklich nicht gut. Es wird echt Zeit, dass er das Zepter mal übergibt und seine Tochter übernimmt. Ishana Shyamalan bringt dieses Jahr nämlich ihren ersten Film heraus. The Watchers mit Dakota Fanning ist ein Horrorfilm über eine Künstlerin, die sich in einem Wald in Irland verirrt. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie nicht die Plottwist-Gene ihres Vaters geerbt hat und deutlich unerzwungenere Geschichten erzählen kann. Pixar haut endlich nochmal eine originelle, putzige Geschichte raus. Elio ist ein kleiner Junge, der aus Versehen ins Communiverse gebeamt wird. Das ist eine Organisation, wo alle Vertreter jeder Spezies aus dem Universum zusammenkommen und für intergalaktischen Austausch sorgen. Elio wird irrtümlich für den Abgeordneten der Erde gehalten und muss nun mit der Situation umgehen und mit den anderen Aliens für Frieden sorgen. Für den Film All of Us Strangers habe ich mir extra ein Big Pack Taschentücher gekauft und ehrlich gesagt habe ich sie fast alle aufgebraucht. Andrew Scott spielt hier einen Mann, der in eine Fantasiewelt flieht, in der seine Eltern noch am Leben sind. Bitter süßer geht es wohl kaum. Zumal sich dann auch noch eine sehr emotionale Love-Story zwischen der Figur von Andrew Scott und Paul Maskell entwickelt, die dann auch noch in das Drama um die verstorbenen Eltern involviert wird. Da bleiben wirklich keine Augen trocken und Always On My Mind von den Patch-Up Boys werdet ihr danach nicht mehr hören können ohne dabei zu heulen. Steigt ein Loser! Denn dieses Jahr erwartet euch das Remake von Mean Girls. 20 Jahre ist es mittlerweile her, dass uns die Komödie mit Lindsay Lohan gelehrt hat, dass mittwochs nur pink getragen wird. Nun will man diesen Klassiker einer neuen Generation näher bringen. Und zwar als Musical. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob diese Kombination funktioniert. Und wenn's nichts wird, dann bitte hol mich ab Mama, ich hab Angst. Was wäre ein Jahr nur ohne ein typisches 0815 Musik-Biopic? Unvorstellbar, ich weiß. Zum Glück ist auf Bob Marley One Love Fellas. Der Film über die Reggae-Legende versucht, dessen ereignisreiches Leben in 130 Minuten zu pressen und bedient sich dabei anscheinend allen Klischees, die das Genre zu bieten hat. Das wäre es soweit mit dem Ausblick auf das Filmjahr 2024. Ich bin der Meinung, da sind einige echt interessante und vielversprechende Projekte dabei, auch wenn man sagen muss, dass sich der Remake, Prequel und Sequel waren dieses Jahr noch stärker durchsetzt als zuvor. Wer sich auch noch durchsetzt, ist wohl Putin. MrWissen2go hat sich mal mit der Frage beschäftigt, warum Putin die Wahl 2024 gewinnen wird. Oder schaut doch mal in unser Ranking-Video der Top 10 Filme aus dem letzten Jahr rein. Ich wäre dann aber erstmal raus, macht's gut und tschü tschü.